Hallo, mein Mann! Hallo! 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 Wie heißt? So, nochmal. Also. Wir machen das nicht live. Wir haben uns schon ein paar Mal verlappert und das schneiden wir raus. Ja. Unser Hund, entschuldige. Coyote Army heißt? Asse war. Und Alkohol aussinken. Wenn ihr was hört, das ist der Wunsch vor dir. Hallo! Liegt auf der Couch. Die anderen Menschen. Weißt du was? Wir sind Menschen. Kann ein einzelner Mensch etwas dazu beitragen oder bewirken? Ja. Ich hatte bis vor drei Monaten einen Facebook-Account. Mit der Seite Conis Rockbar. Und dann ist der einmal von einem Fall auf den anderen, war der nicht mehr da. Ja, es tat mir einfach gut, weil ich sage, ich bin nicht alleine. Muss man sich... Weisbeierabend. Jetzt sind wir da drüben. Wir sind hier in Conis Rockbar im Landquart in der Schweiz. Und neues Format am Tisch mit Coni. Hallo zusammen. Von Rockbar. Hallo Coni. Danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. In diesem Format möchte ich gerne, dass egal wer zu Wort kommt, der sagt, ich möchte etwas zu dieser Krise sagen, was passiert ist. Und wie es weitergehen sollte, könnte, wie auch immer. Wenn ich so zurückschaue, ich kenne uns schon länger. Du hast eben Kurt die Rockbar betrieben. Genau. Bis zum Sommer in den letzten Jahren. Vorletzten Jahren. 19 Jahren. 19 Jahren. Also rechtzeitig vor Corona aufgehört. Genau. Du hast damals, Rönig, mit den Tieren, Donnerstag, Freitag und Samstag aufgehört. Ja. Und nebenbei arbeitest du noch. Ja. Genau. Warum hast du in Chur aufgehört? Das war ein cooler Schuppen und so? Das war es. Es war auch eine sehr lästige Zeit. Aber, äh, ich konnte die Kinder gerne nicht mehr sagen. Ja. Der Rönig hat sich mit der Niedelung nicht aufgehört. Das verhält ich hoffentlich gerne. Okay. Dann, äh, hast du dich umgesehen. Du bist im Landquart fündig geworden, also hier. Genau. Und dann hast du Konzept leicht geändert. Du machst, wievielmal im Monat? Wie machst du das? Ich mache zweimal im Monat. Heißt echt so. Äh, in ein Event mit der Band. Nightband. Oder DJ Abend. Ein DJ, der ich schon, denke ich schon in Chur hatte. Okay. Wie kommst du dazu, in die Gastronomie zu gehen, sowas aufzubauen, sowas zu machen? An was liegt das? Hattest du Langeweile oder Neugierde? An was liegt das? Ja. Also ich muss sagen, ich habe Chur Leiden, also zwei rein, den Augen verlassen. Weil es hat mir schon gefallen. Und ich dachte mir, ich würde gerne wieder so etwas machen. Weil das ist schon, ich mache das gerne. Ich habe die Leute, ich habe gerne Röte oder Musik. Und ja, das gefällt mir. Und dann, äh, ja, haben wir im Landquart diese ehemalige Lagerhalle umgebaut. Und... In der Industriequartier spürt niemand? Ja, genau. Ja, das ist perfekt. Perfekt. Und, äh, ja, das mache ich jetzt. Und das würde ich gerne machen. Seit letztem September. Hättest du, äh, hattest du da eine Band organisiert? Das habe ich richtig genannt. Du hast eine Band organisiert. Ja. Ein, zwei Mal im Monat. Monat. Ja. Wie viele Tage hattest du hier auch? Äh, ich hatte die Röpfnung mit einer Band. Und dann hatte ich noch zwei Mal auch. Ja. Hattest du oben? Ja. Weil dort auch nicht mehr so viele Leute, also Personen. Das war so der Zeitpunkt, wo man sich registrieren musste und Maske und so. Genau, genau, genau. Da hatten die Menschen keinen Bock auf. Nein. Nein, nein. Nein, das ist so. Weil viele möchten nicht wirklich bilden oder, ja, sie wollen in den Ausgang. Ja. Dann kam Anfangs Dezember dieses zu bei uns frühzeitig, damit wir Weihnachten rätten können. Konntest du was rächen? Ist das gegangen? Nein. 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 Und jetzt ist es immer noch so, äh, die Bar ist geschlossen. Ja. Da kommt nichts rein und man wartet. Ja. Und es ist viel, ähm, viele Getränke, also wichtig für die Dosen. Aber die anderen Getränke, die auch abgelaufen sind, die ich verkaufen konnte. Und ja, es ist schon. Es ist viel Geld, das weg geht. Irgendwo hat die Miete bezahlt in mir und darum arbeite ich auch noch nebenbei. Also du arbeitest nebenbei, damit du wirklich die Miete bezahlen kannst, weil hier nichts einkommt. Ja, richtig. Ja, genau. Heftig. Genau. Das ist heftig, ja. Aber das ist mein Traum und, äh, ich werde durchweisen. Dein Traum. Es gibt es im ganzen Umkreis nicht so was Besonderes. Was ist das Besondere daran? Ja, ich denke, das, das Klientel, das ich habe, ist von, sagen wir, von 35 Aufwert. Und ich habe es gemerkt in Kuhl, als ich jedes Wochenende offen hatte, bekamen die Leute, vielleicht die einen am Samstag, die einen am Freitag, und die einen wieder hoch, die andere wieder hoch. Und die haben sich so, wir waren ja nicht vorbei, äh, in den Ausgaben. Jetzt hat sich verteilt. Verteilt, genau, genau. Ich bin ein bisschen nervös. So, nein. Und, äh. Ah, ah, da haben es gebracht. Also deine Zielgruppe ist relativ klein mit Rockmusik und Stimmung und so. Genau. Und jetzt haben sie sich verteilt über mehrere Tage oder mehrere Wochen. Genau, genau. Und dann war die Idee, dass hier, ich habe selten auch, dafür ist das genial. Genau, genau. Schon so ungefähr. Ja, genau. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich frage nur nach, weil, damit die Zuschauer das verstehen, oder? Ja. Wenn du dir wünschen könntest, was müsste jetzt sofort passieren? Ja. 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 Ja, das ist so. Ähm. Ich habe einige Abende bei dir in der Rockbar verbracht. Das war echt cool. Da gab es coole Stimmung. Die haben alle mitgemacht und so. Das wäre es schon. Ja. Ja, das wäre es. Das wäre es. Weil wir hatten geniale Abende, auch der Abschlussabende, wir hatten. Koyote Agni. Ja. Das ist. Koyote Agni heißt? Aceroar. Tanken. Und Alkohol. Und Tanken. Also, nur für die, die Kody nicht kennen. Sie ist manchmal nicht nur hinter der Bar, sondern auch auf der Bar. Mit Feuer. Sie ist ganz bescheiden, aber wenigstens. Sie wird losgelassen. Dann geht es auch. Es macht Spaß. Das ist Stimmung pur, also. Ja, das hatten wir. Geniale Abende. Das ist unvergessen. Ich sage immer, sicher muss ich schauen, dass ich die Rechnung bezahlen kann, dass ich leben kann, aber mehr verdiene ich es mir wirklich darum, unvergessliche und lästige Abende zu haben. Ich habe unlässtige Bekanntschaften gemacht, Freundschaften, mittlerweile von Kuh und ich möchte den Neusten eigentlich etwas bieten, weil ich sage, das Geld, man kann es nicht mitnehmen. Die Erinnerungen, die bleiben, aber die sind da, dann ist das ein Obst, ja, darum mache ich das ein Leben. Also du machst das als Hobby, aus Enthusiasmus und siehst das trotzdem noch wohl. Ja. Also da muss viel Substanz dahinter sein, dass man, wie sagt man denn, so durchbeißt. Ja, das ist so, ja. Wie weiß man, dass du aufpassen kannst, wenn man wieder losgeht, wie funktioniert das? Also, wenn ich folgendermaßen habe, ich hatte bis vor circa zwei, drei Monaten einen Facebook-Account mit der Seite Conys Rockfahrt und dann ist der einmal von einem Fall aus dem anderen, war der nicht mehr da. Also ich bekam keine Erinnerung, nicht, der ist einfach nicht mehr da. Ja. Was hast du denn gepostet? Nur Veranstaltungen und keine Ahnung. Also nichts, Verschwörungstheoretiker, Leute, egal was, wo du sagst, das ist gefährlich. Ja, genau. Du hast dann die Veranstaltungen gepostet, die du machst? Genau. Ja. Dann hast du, also nur das, dann heißt es auch, dass die Seite nicht mehr da, ohne Begründung. Genau. Ohne Mitteilung. Ja, ohne Mitteilung gar nicht. Ich bin die Seite nicht mehr. So. Wenn ihr was hört, das ist der Rutsch vor dir. Hallo. Komm. Hallo. Komm mal wieder. Nicht auf der Couch. Nicht auf die Säge. Komm. 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 Du warst ja auch in Chur an der Demo von Stiller Protest. Ja. Bringen, Demonstrationen, Protestmärsche, Spaziergänge, etwas. Ich denke, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber es sind ja bei jeder Demo, was hier gar nichts zu erzählen. Egal, es sind immer mehr Leute, die dazugekommen in dieser Zeit. Und ich denke, ja, die Leute haben müde, die wollen jetzt auch nicht mehr. Ja, und dann denke ich schon, dass einige sich auch denken, moll, ich gehe auf, um ein Zeichen zu setzen. Ich hoffe, es werden immer noch mehr Leute bei jedem Spaziergang oder dem oder was auch ihm. Im Chur warst du auch? Ja. Frage, warum? Ich wollte für mich ein Zeichen zu setzen, weil ich denke, nur als einzelner Mensch, Person, kann man nicht viel, ja, man hat das finanzielle Mitten nicht oder das Wissen nicht oder zu wenig, wo man als Einzelnen etwas berichten kann. Ich denke, da müssen wir wirklich alle zusammenstehen. Darum denke ich, da bin ich auch gegangen. Mitgelaufen. Mitgelaufen. Mitmarschieren. Mitmarschieren. Genau. Mitmarschieren. Genau. Wusstest du, dass in Chur letztes Jahr ganz eine kleine Truppe angefangen hat, hat gesagt, zu demonstrieren? Weil in der Schweiz hatten sie so, Demonstrationen waren verboten, da. Notdown gibt es nicht. Und die wurden dann geduscht und dann gab es in Chur ein paar, die haben gesagt, wir gehen spazieren und nicht demonstrieren. Wusstest du das? Nein, das habe ich nicht demonstriert. Da gab es so eine Truppe, da sind ein paar wenige gewesen und da gab es mehr und mehr und mehr und dann ist es wieder reingeschlafen und der Protest machte es eigentlich dasselbe, aber nicht nur in Chur, sondern die organisieren das wieder raus, oder? Ja, das ist die Technik. Und wenn man schaut, wie viele Menschen unter Besser in Chur sind, ich sage das mal, um es richtig zu sagen, 4860 wurden gezählt und dann haben sie aufgehört. Also die 140, sagen wir einfach 5000, damit man sich keine Zahl im Kopf halten kann. In Molen, zwei Wochen davor, waren es 2500. Ach, die nehmen uns hoch. Es waren immer zu viele. Jetzt machen wir es so, jetzt in Liesdal, schön wär's, 10.000 Personen, okay? Dann sagten wir, das muss ich noch sagen. Wenn das ausgestrahlt wird, wenn das hochgeladen wird, Liesdal vorbei. Okay. Dann hoffen wir, dass es 10.000 waren. Okay, ja, hoffen wir, ja. Ja. Weil, wir machen das nicht live, wir haben uns schon ein paar Mal verplappert und das schneiden wir raus. Ja. Unser Hund, unser Hund hat mit seinem Boden. Schau, das war der Hund von heute. Da unten steht direkt. Ja. Oh. Ja. Ja. Ich bin nur indirekt ins Bild. Ja. 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 Da drüben ist eine Couch vor, aber die Couch. Du hast gesagt, noch bringen die Demo, die Demo, spazieren wie auch immer. Kann ein einzelner Mensch etwas dazu beitragen oder bewirken? Ja, das stimmt. Und zwar, wenn er zum Beispiel an eine Demo geht, sieht er andere, die sie gleich empfinden. Also bei dir ist es ja so passiert, du hast gesagt, so, ich will ein Zeichen setzen. Genau. Und dann bist du nach Kur an die Demo. Genau. Und dann hast du andere gesehen, wo du nie gedacht hättest. Das ist so, das ist so. Und ich habe gemerkt, es sind ganz viele, die so denken wie ich. Also ich bin nicht alleine. Und wirklich, ich habe Personen gesehen, wo ich es nie gedacht hätte, dass sie auch nicht laufen. Und da gebe ich ihnen gegen die Maßnahmen. Ja, es tat mir einfach gut, weil ich sage, ich bin nicht alleine. Man sieht sehr viele Bekannte wieder, die man durch das Asozialisten-Singen oder wie das Ding heißt. Ich bin nicht so gut in Erinnerung, aber Asozialisten-Singen nenne ich das mal. Dann sieht man die Menschen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Und dann sieht man, man geht in die gleiche Richtung. Das heißt, man ist eigentlich gleicher Meinung. Genau, genau. Das macht einen stärker. Und ja. Und das ist nicht. Nein, das ist okay. Hast du Angst vor Corona? Nein. Nein? Nein. Du kennst sicher auch Menschen, die Angst haben vor Corona. Ja. Ich sage mal so, das ist legitim. Absolut. Weil gegen Angst kann man nichts machen. Das ist so. Aber ich denke, es wird auch, es wird irgendein Angst gemacht. Also, ich will das nicht verhandeln losen, denn mir ist es absolut nicht. Und ich denke auch, dass es, ja, dass einige, die es hatten, auch, ähm, ich weiß auch nicht. Dass es nicht so anspulten, sondern mir vorbeigeht. Ich will das nicht verhandeln losen. Aber ich denke einfach, wenn jemand Angst hat, dann, äh, ich sage nichts, wenn er, er kann einen Anzug anziehen, er kann sich hinten lassen, er kann ihm die Maske tragen. Wo immer er hin will, er muss auch nicht zu mir in die Bar kommen, wenn ihm so viele Leute hier sind. Und, ähm, also, ich will das nicht, äh, die nicht, äh, die anderen Menschen, ähm, sollten selber entscheiden dürfen. Die, die nicht die Maske tragen oder die nicht geimpft werden wollen, finde ich, das müssen die selber entscheiden. Eigenverantwortung? Eigenverantwortung, ja genau. Es ist ja eigentlich mit allem so, wenn es immer heißt, du musst, du musst, du musst, es gibt auch Sachen, die will man nicht machen. Man hat Angst davor, etwas zu machen, ich sage mal so. Beispielsweise, jemand hat Angst, die Maske auszuziehen, okay? So kann man auch die Angst davor respektieren, sich impfen zu lassen. Genau. Ich respektiere die Maske, respektiere bitte meine Angst, mich impfen zu lassen. Genau. So ungefähr, ja. Das wird in Zukunft ein Thema werden. Und ich habe dann mit Ortsalut ein Interview gehabt. Er hatte eine Anfrage und wir haben gefragt, wie das ausschaut, ob er in Zukunft nur noch geimpfte Menschen ins Lokal lassen dürfte. Dann hat er gesagt, wenn er da noch auf hat, und das sieht auch nicht gut aus. Und das ist einer der Bekannter und Größte, also Bekannter werden schon mit sehr vielen Jahren erfahren. Ja. Und das ist natürlich schwierig, je länger es auf der Lockdown geht, und so mehr gehen, die Birte, Restaurants, Bars, ab und ab. Ja. Und dann wird dir irgendwie helfen, sprich, in irgendeiner Art, also in Ideen. Ja, ich hoffe einfach, dass meine Gastlehrer und treuen Fans, wenn ich es so sagen darf, noch ein Wind gedut haben und mir nachher wieder die Treue bleiben werden und dabei kommen. Ja. Und wer das immer auch sieht, hast du jetzt noch eine neue Facebook-Seite oder nicht? Nein, nein, nein. Ich habe hier, bei Facebook mache ich keine Seite mehr. Ich bin jetzt mit der Bar in Telegram, Conis Rocha. Ah, der Kanal ist privat gestellt. Okay. Man findet sich, glaube ich, noch mit. Ja, das muss ich noch ändern. Schauen wir da. Ja, ja. Im Telegram wird nicht so schnell gelöscht. Nein. Und dort findet man sicher auch die nächsten Veranstaltungen wieder. Mhm. Ja. Also, wenn ihr irgendwie in der Nähe vom Landquart, das ist so der Abgang Richtung Dapos, Weg, Fior, war auch immer, seid und es irgendwann in der Schweiz wieder losgehen darf, dann schaut bei Conis Rocha vorbei. Ja, nämlich der Freund. Wir schauen uns den Link an, den habe ich euch unten in die Videobeschreibung. Oder auch am Ende des Videos irgendwie wird das eingeblendet. Weil wir schneiden das wirklich. Ja. Aber es war lustig. Ja. Lustig war es. Vielleicht ein Pech und Pfannen. Das ist bei mir normal. Ich bin kein Reporter, ich frage oder Journalist. Ich frage einfach so, hey, wie sieht es aus? Ja. Und ich bin mich nicht gewohnt vor der Kamera zu sprechen. Die Kamera ist da nicht. Ja. Interessiert mich. Ja. Ich rede ja mit dir. Das ist so. Das ist so. Aber mit Hochdeutsch, Schrittdeutsch. Ja. Damit verstehen aber wieder einige mehr, was einem auf den Herzen liegt. Das ist so, ja. Vielleicht wissen auch einige mehr so, dass sie nicht alleine sind. Ja. Muss man sie... Weiß bei ihr? Aber jetzt ist sie da drüben. Hat ihr irgendwas gehört? Kommt? Kommt? Hier. Sie kommt erst, wenn die Kamera aussieht. Das ist so. Wundervoll. Wundervoll. Ja. Okay. Dann sehen wir uns in Konis Rockbar, demnächst bei Wiedereröffnung. Ja? Machen wir dazu, ja. Ich danke euch für eure Zeit und wünsche euch einen schönen Tag. Danke ihr Werner für das gute Gespräch und vielen Dank. Und das nächste Mal ist kein Problem, wenn ich nicht mehr nervös habe. Dann kommen wir im laufenden Betrieb und machen mal einen Livestream jetzt bei dir auf der und auf dem Tresen, auf dem Tresen, auf dem Bart. Ja. Ja. Okay. Ja, wir hören auf. Ist okay. Oh. Also. Ja. Ich bin mir scheu. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. 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 Tschüss.